Der Krötenkönig von... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab ein bisschen Angst vor dem Kampf. Weil beim ersten Mal hab ich den nicht so ganz durchschaut und der war überraschend schwer. Die Dinger riefen, Eindringling lokalisiert, und stürmten in die Seitengasse. Sei bloß vorsichtig. Na, die haben auch... Ne, die waren auch nervig. Da musste man ja wieder wechseln zwischen Magie und physisch. Na, egal. Okay, ich will wirklich erstmal die Kröte aus dem Weg haben. Die Kröte, die respektiere ich ja. Als ebenbürtigen Gegner. Äh, oh mein Gott, oh mein Gott, wie war... I don't want to die. Wie sieht's aus? Gesundheit? Ja, Gesundheit ist voll, weil wir irgendeine Quest abgeschlossen haben. MPs sind mega. Ja gut, viel besser. Kann's uns nicht gehen. Probieren wir einfach mal unser glückliches Glück. Nein, wieso seid ihr wieder hier? Mach kein Feuer, bitte. Ich hasse euch. Keine große Sache. Außer wenn ihr schnell umfallt, dann habe ich euch gern. Wer wagt es? Keine Chance. Halt weg. Lass ihn. Es ist auf. Das hat geklappt. Ja, ich bin... Mein Einsatz. Das wird so nichts. Was ist hier los mit dem Feuer? Ich bin bereit. Na dann. Aeritze kann ja nicht Vita. Aeritze kann ja nicht. Da ist der Krötenkönig. Irgendwie... Irgendwie hat der was von wegen. Der macht seine kleinen Viecher da stärker oder mächtiger oder irgendwas sonst wie. Ich glaube, wir beschwören mal den Heiligen Magie-Kreis. Damit haben wir schon mal ein bisschen was geschafft. Was? Jeder Igel-Flo, den wir erstmal wegmachen, ist erstmal ein guter. Jeder Igel-Flo, den wir erstmal wegmachen, muss ein guter sein. Ja, kein Zuhör. Lass ruhig auf alle drauf. Ach, das war ja auch doppelt. Ich weiß, ich hab gar nicht, ich hab gar nicht drauf geachtet, dass er in dem Leben drin stand. Mann, komm doch hierher! Mann, ich muss... Guck, ach, der ist... Alter, der ist fast wieder vollgeheilt oder was? Oh mein Gott. Heiltrank wurde geschulen. Ich stehle dir gleich einen Heiltrank, Alter. Ich werde in Andauerung gehalten. So, sehr gut. Sehr gut, danke, dass einer zerlegt ist. Sauber. So, jetzt ist es einfach. Jetzt ist es einfach. Geht's einfach. Äh, von ATB zurück, genau. Schutzschild gegen ballistische Hersteller, Vergeltung, wenn er in Schockzustand ging. Aber Schadina war das. Und hält nichts mehr aus. Tut mir echt leid. Na? Was war's? Kannst du übernehmen? Zieh dich zurück. Das sollte leichten. Nein. Nein, Mann, was mache ich? Nein, Mann, was ist denn das? Mein Einsatz. Sehr gut. Kloppen, klopp dich. Bring mir's hinter uns. Ich bring für mich ein. Ich bin dran. Ach, der ist nur so kurz gedingsbumst. Och, nee. Das war abzusehen. Uh. Okay. Das war auch einfacher als auf normal. Obwohl, ja, es war natürlich schon, wir hatten schon zeitweise nur tausend Lebenspunkte left. Weil der heilt dir halt so dicke. Der heilt dir halt so dicke. So. Gut. Sehr, sehr gut. Und dafür gab's ein Buch für Aerys. Für ihre Waffenpunkte. Damit steht sie bei 22. Cloud bei 10. Sie könnte, aber ich finde jetzt wegen einer Fähigkeit leeren. Dazu muss man das jetzt nicht extra machen. Eine Fähigkeit leeren. Psch. Leute. Dafür muss man nicht extra ins Inventar. Die werden später alle auf einmal gelernt. Oder nach Kapitel 8. Weil ich glaube, hier gibt's ein paar mehr Bücher. Weil wir haben noch den einen Quest-Boss, sag ich mal. Das andere. Ich weiß nicht, ob das andere auch so in Richtung Boss geht. Auf jeden Fall Gesundheit. Einmal der MP. Oh, Clouds MP sind schon schwach. Aber das war eigentlich der größte Kampf, wo ich mir die meisten Sorgen gemacht habe. Deswegen ist es gar nicht so tragisch, wenn wir nicht mehr großartig MP haben. Ich hätte mich doch teleportieren sollen. Es gab hier nichts mehr auf dem Rückweg. Es gab hier nichts mehr. Hätte ich mich doch teleportiert. Sorry. Geh. Die Krötenplage. Hast du den Krötenkönig besiegt? Klar. Wie gesagt, Kinderspiel. Juhu! Ich wusste, dass du es schaffst. Jetzt können wir wieder in unserem Geheimversteck spielen. Danke, Cloud. Hier, der Schatz, den wir dir versprochen haben, der ist ganz sicher 3-Gil wert. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und vergesst auch nicht, eure Hausaufgaben zu machen. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Jawohl, Fräulein Furia! Vielen Dank, dass ihr euch um den Krötenkönig gekümmert habt. Sie wissen auch wirklich alles, Fräulein Furia. Ja, wenn dem mal so wäre. Aber ich versuche mein Bestes. Diese Kinder sind jeden Tag von früh bis spät auf Achse. Sie stehen füreinander ein, helfen Menschen in Not und kämpfen für ihre Träume. Irgendjemand muss doch auf sie aufpassen und sie beschützen. So gut es geht. Hm. Klingt anstrengend. Haha, das steht wohl außer Frage. Aber ich will für sie da sein, sie unterstützen und ihnen Liebe schenken. Bis zu dem Tag, an dem sie den Helmchenhof verlassen. Ich will, dass sie sich hier geborgen fühlen. Geliebt werden, wie man sonst nur von seiner Familie geliebt wird. Und dafür muss ich mein Bestes geben und wirklich alles wissen. Toll. Ich habe vom Besten gelernt. Mein Vorgänger hat es genauso gehalten und ich möchte seine Tradition fortsetzen. Oh, aber noch bin ich weit entfernt davon, so gut mit Kindern zu sein, wie Bix es ist. Och, herrje, ist es wirklich schon so spät? Ich muss los. Stimmt, sie haben doch etwas vor. Ja, meinen Traum verfolgen. Nochmals vielen Dank euch beiden. Hm. Was wohl ihr Traum ist? Interessiert mich nicht. Danke, dass du unser Geheimversteck gerettet hast. Ich habe mich total für dich eingesetzt. Und du darfst jetzt bei Du weißt schon was mitmachen. Geh doch nochmal zu unserem Geheimversteck, Cloud. Ja, es geht um unseren Bix. Unser Bix war der Vorgänger dieses Helmchenhofes hier. Das heißt, eigentlich müssten Elvis und Bix sich kennen, aber ich glaube, die begegnen sich nie. Also jetzt, wo wir es wissen, äh, wo wir sie beide kennen, begegnen sie sich, glaube ich, nicht mehr. Und Fräulein Fiora. Ich kann euch sagen, was ihr großer Traum ist. Ihr Traum ist es, eine Pole-Dancerin zu werden. Und das werden wir noch herausfinden. Diese Verbrecherin. Wie kann sie sich nur um Kinder kümmern und gleichzeitig für Männer halbnackt an der Stange tanzen? Diese Frau. Diese Frau. Was? Ach so, das ist der, der sich eingeschissen hat vor den Viechern. Oh nee, jetzt habe ich ihn angesprochen und jetzt dauert das jetzt, bis das Gespräch anfängt. Kampfmaschinen, die wie auch Äpfel aussahen. Sie sind in die Seitengasse. Wenn es so weit kommt, werde ich auch... Was? Jetzt sollen wir noch mal zum kleinen Scheiß, Mann, da heben. Ach so, jetzt kommt das Minispiel. Ja. Das Minispiel, wo es wahrscheinlich auch gar keine Belohnungen mehr gibt. Wir konnten eine ganze Weile nicht mehr Kistenkrieg spielen. Aber jetzt geht es wieder los. Das verdanken wir dir. Übrigens, vor dem Bürgerhaus sitzt ein alter Mann, der traurig aussieht. Er sagt, er sucht einen Alleskönner. Oh. Hier gibt es ziemlich viele Monster. Du musst dir sicher keine Sorgen machen, Cloud. Aber sei trotzdem vorsichtig. Ja, man merkt langsam, dass es schwerer wird und langsam wahrscheinlich mehr auf Level 50 angepasst ist. Meinst du, dass ich das Zeug dazu habe? Hey, Cloud. Du kommst gerade richtig. Wir spielen nämlich Kistenkrieg. Wer die meisten Kisten zerstören kann, wird zum Helden unseres Geheimverstecks gekürt. Eigentlich dürfen ja nur Kinder mitspielen. Aber dich lassen wir ausnahmsweise mitmachen. Ja, gibt es nicht mehr. Schade. Na, Mondsicheltalismat und das magische Zahnrad. Keine Ahnung. Jeder 34.400 ist mein Lekord. Wir machen das jetzt natürlich einmal zusammen. Auch wenn es da nichts mehr gibt. Wieso bist du nicht in der Offensivhaltung? Das ist eine Zeitverschwendung, die kaputt zu machen. Was mache ich? Was mache ich? Verzieh dich. Verzieh dich. Verzieh dich. Verziehen, hast du gehört? Ja. Oh, ich bin so doof. Ich dachte, ich bin in der Offensivhaltung. Oh. Was? Oh nein, scheiße. Das scheiße. Ich dachte gerade, ich habe alles. Ich habe das voll vergessen. Man hat ja nur die Fertigkeit der aktuell ausgerüßelten Waffe. Los. Abtauchen. Jetzt los. Das war's. Volle Konzentration. Verdecke. Ja. Ja, das ist leider nicht gut gelaufen. Los geht's. Da gab es keine Zeit mehr, ne? Ne. Ich bin bereit. Alter. Okay, das Ende mit Schrecken ist richtig gut. Das hatte ich beim letzten Mal. Okay. Mit dem Ende mit Schrecken ist es ja voll einfach. Volle Konzentration. Ich bin bereit. Es ist vorbei. Yes, neuer Rekord. Wie geil. Obwohl es so schlecht war am Anfang. Okay. Beim letzten Mal hatte ich aber auch eine andere Waffe. Da hatte ich nicht die Hartklinge ausgerüstet. Alter. Ende mit Schrecken. Damit machst du die 1500er sofort kaputt. Also Leute, wenn ihr Probleme habt, rüstet die Hartklinge raus. Nehmt auf die 1500er Ende mit Schrecken. Und dann ist das Ding voll easy. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der Anfang war so schlecht. Wow. So ein Ergebnis habe ich noch nie gesehen. Das hat Spaß gemacht, oder? Komm bald wieder. Ja, ne Murgri-Medaille Trostpreis. Will es keinen Hauptpreis mehr geben. Die Leute verlassen sich auf uns. Was? Scheint so. Und du scheinst Spaß zu haben? Schon. Dann zeig das doch auch mal. Als Alleskönner arbeitest du immerhin in der Dienstleistungsbranche. Das überlasse ich lieber dir. Von mir aus gerne. Aber ich bin nicht immer da, weißt du? Natürlich. Tut mir leid. Aber meine Gesellschaft ist auch nicht günstig. Oh nein, bleib doch bei mir. Warum bist du denn jetzt so? So, und wir mussten also mit dem kleinen Bengel quatschen, damit wir hier die eine Anschluss-Quest kriegen. Damit wir jetzt nicht zweimal da oben durch das Umweggebiet laufen müssen. Das ist sehr gut. Hast du was? Ähm. Hä? Was? Hä? Hat der kleine Junge mit... Ach nee, dazu muss... Ach nee, dazu muss ich erst das... Ah, shit. Shit. Dazu muss ich erst die Quest von dem Typen hier machen, damit ich mit dem da das... Ah, ich bin so doof. Seht da, wie vergesslich ich bin. Weg da! Ich bin wie ein Zug. Du machst ja so ein... Hi! Ähm... Darf ich kurz um Verzeihung bitten? Du bist nicht ganz zufällig dieser Alleskönner, oder? Doch. Mein Name ist Damon. Ich bin Reporter beim Blatt des Lebens. Zu euren Diensten. Blatt des Lebens? Das sind doch die, die ständig verleumderische Artikel über die Slums schreiben. Ich muss doch sehr bitten, junge Dame. Wir informieren die Menschen nur über die unschöne Realität in den Slums. Und stellen die Frage, wo soll das hinführen? Wie auch immer. Wenn möglich würde ich denn Alleskönner gerne um einen kleinen Gefallen bitten. Hast du schon mal vom Racheengel der Slums gehört? Dem Meisterdieb, dessen Identität niemand kennt. Er bestiehlt Personen, die mit Shinra in Verbindung stehen, schickt ihnen eine Ankündigung und durchbricht alle Sicherheitsvorkehrungen. Natürlich kennen wir den. Er stiehlt von den Reichen und gibt es den Armen. Er weiß, wie er sich das Wohlgefallen der Leute sichern kann. So viel steht fest. Aber Dieb bleibt Dieb. Er ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Ich habe mich der Enthüllung seiner Identität verschrieben. Das Problem ist nur, dass sich die Slumbewohner in der Sache wenig kooperativ zeigen. Seit sich herumgesprochen hat, dass ich Reporter bin, will sowieso niemand mehr mit mir reden. Und da kommst du ins Spiel. Ich möchte dich darum bitten, Informationen für mich zu sammeln. Das kriegen wir gerade noch zu hin. Oh, guten Tag, Mireille. Schön, dich zu sehen, Aeris. Hab schon gehört, dass du in Begleitung eines interessanten Herrn bist. Cloud, das hier ist Mireille. Sie weiß alles, was man über das Viertel wissen kann. Und das hier ist Cloud. Er ist Ex-Soldat und unglaublich stark. Der könnte nützlich sein. Ich hab schon von dir gehört, Alleskönner. Die Kinder des Helmchenhofs sehen zu dir auf. Und jetzt bist du im Auftrag vom Blatt des Lebens unterwegs und suchst den Racheengel der Slums, nicht? Das stimmt. Ich liebe Gerüchte, musst du wissen. Was ich hingegen nicht liebe, sind aufdringliche Handlanger Shinras. Der Reporter und seine Story sind mir ziemlich egal. Ich will mehr über den Racheengel der Slums wissen. Das ist alles. Na, sieh mal einer an. Da ist wohl noch jemand dem Charme des Racheengels verfallen. Das passt gerade recht. Ich hab nämlich neue Informationen. Die muss ich mir aber noch bestätigen lassen. So lange musst du den Reporter vertrösten. Ladies und Gentlemen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst es mich wissen, ob euch die Folge gefallen hat. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht es gut. Haut euch wieder aufs Ohr. Und ciao, ciao.